Ich habe noch ein bisschen was noch mal gesehen von dem Hinspiel. Wir haben eigentlich phasenweise wirklich ganz gut gespielt, haben dann kurz vor der Halbzeitpause, haben wir glaube ich drei leichte Tore, also durch technische Fehler, abgegeben und in der Abwehr standen wir teilweise nicht aggressiv genug und wenn wir das umsetzen, dass wir einfach auch dann hier mit dem Heimvorteil in der Abwehr richtig aggressiv stehen, weniger technische Fehler. Gut, es war auch das zweite Spiel. Es ist klar, dass da immer ein paar mehr technische Fehler kommen. Jetzt sind wir besser eingespielt, auch ich aber auch. Aber im Prinzip ist das auch einfach so, wir müssen denen, die haben auch eine gute Deckung, mit 6-0 einen guten Torwart hinten, wir müssen sehen, dass wir die in Bewegung kriegen und so auch dann vor einem Angriff vor allem irgendwie einfache Tore mal kriegen.